Es macht grundsätzlich Spaß, in diesem Stadion zu spielen, vor dieser tollen Kulisse. Dadurch, dass es eine Mannschaft ist, die ja schon auch selber offensiv spielt, glaube ich, dass es uns entgegenkommen kann. Wichtig wird sein, dass wir eben selber unsere bestmöglichste Leistung abrufen gegen den Ball und daraus dann eben auch immer wieder gezielte Konters setzen. Dazu brauchen wir auch wieder Tiefgang, dazu brauchen wir Speed. Insofern wird es sicherlich am Sonntag ein völlig anderes Spiel als gestern. Es gibt in der Bundesliga außer Bayern München keinen Kader, der so besetzt ist wie der von Borussia Dortmund. Und das wissen wir, das ist klar. Da sind wir natürlich noch lange nicht. Das ist ja, ich kenne ja jetzt schon viele Jahre. Insofern ist ja die Art und Weise, wie er gerne Fußball spielen lässt, glaube ich, auch bekannt. Da gibt es, glaube ich, nicht allzu viel dazu zu sagen. Eine Mannschaft, die sich sehr über den eigenen Ballbesitz definiert und das auch gut macht, die nicht so leicht zu stoppen ist, wenn sie dann mal im Kombinieren drin ist. Aber das wird sicher die Aufgabe für uns sein. Wir wollen gewinnen in Dortmund, deswegen fahren wir hin. Und da müssen wir jetzt eben schauen, dass wir die Spieler rausfinden jetzt im Training heute und morgen, die dann eben dafür absolut auch bereit sind.